Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Ukraine hat ein russisches Ultimatum zur Kapitulation in der belagerten Hafenstadt Mariupol abgelehnt. Es könne keine Rede davon sein, Waffen abzugeben, sagte die stellvertretende Regierungschefin Vereshchuk. Unterdessen gehen auch in anderen Landesteilen die Bombardierungen weiter. Beim Angriff auf ein Einkaufszentrum in Kiew sollen mindestens 4 Menschen getötet worden sein. Für heute haben Moskau und Kiew neue Gespräche über eine Waffenruhe vereinbart. Dieses Überwachungsvideo soll eine heftige Explosion in Kiew zeigen. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden ein Einkaufszentrum und mehrere Wohnhäuser beschädigt. Der Rettungsdienst der Stadt erklärt, die Detonation sei durch feindlichen Beschuss herbeigeführt worden. In der Nacht wendet sich der ukrainische Präsident erneut an die russischen Soldaten. Es ist inzwischen der 25. Tag der Invasion des russischen Militärs. Und sie suchen immer noch nach den imaginären Nazis, vor denen sie angeblich unsere Leute schützen wollten. Und sie können noch immer keine Ukrainer finden, die sie mit Blumen empfangen. In keiner Stadt, in keinem Dorf. Besonders dramatisch ist die Lage nach wie vor in der Hafenstadt Mariupol. Hier hatte das russische Militär die Ukraine aufgefordert, zu kapitulieren und eine Frist gesetzt. Wir rufen die Behörden von Kiew auf, vernünftig zu sein und die früheren Anweisungen zurückzunehmen, welche die Kämpfer verpflichtet hat, sich selbst zu opfern und, in Anführungszeichen, Märtyrer von Mariupol zu werden. Zusätzlich bestehen wir auf eine schriftliche Antwort vor 5 Uhr morgens. Die ukrainische Regierung hat das Ultimatum bereits abgelehnt. Am Morgen äußerte sich die Vizeregierungschefin Irina Werchuk in der Zeitung Ukrainska Pravda mit den Worten, es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben. Untertitelung. BR 2018